Hallo und herzlich willkommen zum ASICS Short. ASICS Aufgaben als Termine im Outlook oder Google-Kalender einbetten. Um keine Aufgaben mehr zu verpassen, ist es möglich, seine ASICS Aufgaben im Outlook-Kalender und ähnliches einzubetten. Dazu unter Modul Aufgaben. Aufgabenliste gehen. Jetzt den Filter auf Verantwortlichen setzen. Mit einem Klick auf die drei Punkte rechts oben öffnet sich das Aktionsmenü. Auf Aufgaben abonnieren klicken und anschließend auf neuen Link generieren. Link kopieren und schließen. Jetzt Outlook öffnen und in den Outlook-Kalender einsteigen. Mit einem Klick auf Kalender hinzufügen. Aus dem Internet abonnieren. Den kopierten Link im Feld einfügen. Den Kalendername festlegen. Beispielsweise ASICS Aufgaben. Wenn gewünscht eine Farbe und ein Symbol definieren und importieren anschließend auf schließen klicken. Jetzt werden die ASICS Aufgaben als ganztägiger Termin mit folgenden Inhalten angezeigt. Titel, verknüpftes Objekt, Standort, Beschreibung und Link zur Aufgabe in ASICS, um von Outlook in die Aufgabe zu gelangen und die Aufgabe auch abschließen zu können. Weitere ASICS Short Videos zum Thema Datenpflege und Überprüfung in ASICS finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.